Linas Filmecke. Hallöchen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Linas Filmecke. Powered by Mats Up. Worum geht es heute? Was machen wir heute, Lina? Sauere Süßigkeiten testen. Also heute geht es um Sauerstoff im uneigentlichen Sinne. Ja, wir haben mal so ein bisschen was unvorbereitet vorbereitet. Den Test haben wir heute. Nimm zwei Brause Bonbons. Ja, diese Plopze, Knallbonbons, nennen wir sie immer. Wie gesagt, mit Brause drin. Dann Brudeka Cola Flaschen. Die verrät ihr schon wieder alles. Dann vegan von Katjes Wunderland. Steht sauer drauf. Wir gucken gleich mal, wie sauber der ganze Kram wirklich ist. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ich glaube, es ist aus dem Lidl. Aus der Mischkiste haben wir das. Einmal saure Würmer und saure Cola. Flaschen. 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 Dann von Luko Luk saure Erdbeerstreifen und die sind vegetarisch. Ja. Ich mag sie nicht, ich bin nicht sauer. Dann von Haribo saure Pommes. Von Ahoi Brause haben wir noch Brause Bonbons. Brause Bonbons. Oh, Brause Bonbons. Oh, yeah. Und, das ist nicht sauer, das war was anderes. Und der Sour Mix von Centashork. Da machen wir jetzt schon mal. Und hier hinten steht eine Challenge drauf. Die machen wir zum Schluss, weil die wissen, die Centashorks kennen wir schon ein bisschen. Ja. Da wissen wir schon, dass die sauer sind. Da ist grüne Füllung drin. Und da ist grüne Füllung drin. Die machen wir zum Schluss, weil ich glaube, das ist mit Abstand das sauerste von den Sachen, die wir hier haben. Okay. Ich halte ganz lange aus. Ja, du hältst ganz lange aus. Da gehe ich mir sicher. Okay. Womit fangen wir an? Geil mit. Wir fangen an mit? Brause Bonbons. Ahoi Brause. Okay, los geht's. Dann machen wir mal. Oh, lecker, lecker. Die Brause Bonbons sind auch alle schön gemischt. Ja, das sind so die klassischen. Ich glaube, das... Was ist das denn? Ah ja. Orange, Cola, Zitrone und Himbeere. Ja. Wie früher, wie damals, als ich noch jung war. Welchen möchtest du probieren? Ähm, Zitrone. Wir fangen an mit Zitrone. One for you, one for me. Auf drei. Drei. Lecker. Wir fangen mal. Schon ein bisschen sauer, ne? Sind die sauer? Die Geschmacksnerven von den Kindern sind kaputt. Ähm, ne, Himbeeren. Zitrone aus? Fertig? Und so. glaube ich habe heute mein empfindlichen ich bin doch schon ein bisschen sauer und du so reingehe ready lecker oder sauer lecker ein cola hätten wir noch als letztes ok und produkt ist das lecker oder nicht lecker erstmal lecker ein bisschen sauer für mich war schon ein bisschen schlimmer ich weiß gar nicht was heute los ist egal ok jetzt sagen wir mal was wir als nächstes ausprobieren wollen das mag ich wo wir schon mal bei brause sind wir haben gerade nur die orangen die sind aber in einer tüte mit verschiedenen geschmacksrichtungen zwei orangen bonbons von dem zwei mit brause das geht gleich schon weg okay ausgepackt versuchen wir mal ob es knackt also müssen leise sein damit das vielleicht kann man es auch gleich hören hey die knacken ja nicht bei der brause drin ist ich bin auch loof erstmal süß muss schon bei der brause findest du sauer was ist los mit dir warum findest du das nicht sauer bei mir zuckt schon die melode hier ok ok sauren füllen wir essen jetzt die sauren füllen wenn man Mundaller hat die sauren füllen wenn sie Mundaller hat also ein aber nur ne die sauren füllen wenn man die sauren füllen wenn man die sauren füllen wenn man die sauren füllen nach brause bonbons sind die dinge hier einfach nur süß na wir haben die ja schon mal gegessen also sonst waren die immer sauber ja moment so flasche halten das ist aber muss auch als die firma ein bisschen saure bummes was ich immer ganz witzig finde haribo oben in der ecke steht ja seit ich glaube nicht so ewig lang als kind jedenfalls auch nicht also aus meiner sicht kind zum teilen geiler witz ähm ja aber ok so wir suchen euch jeder eine farbe aus welche farbe möchtest du haben ähm nicht so viel ewig lang als kind zum teilen ja ok ich nehme sie wechseln mhm 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 lecker mhm 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 really so außen die auch nicht nur ne mhm sind so sauber wie die sauren Würmer so sauer wie die saurie Würmer und die waren eher süß Ich meinte, wie den süßen Jona kommt. So schmackst du Schotzi. Jetzt nehmen wir was aus der Wunderlandstüte von... Katjes, yes, 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 yes. Sag mal, Katjes, yes, yes, yes. Katjes, yes, yes, yes. Boah, du kannst das voll gut, voll schnell. Okay. Da wollen wir es rein. Einhorn. Einhorn. Guck mal davon. So. Egal, dass dir dein Einhorn schmecken. Das war echt ein Einhorn. Oh, aber die sind schon saurer. Ein bisschen. Aber ganz schön saurer. Also vergleichsmäßig, Haribo und Katjes. Also die beiden Sachen. Würde ich Katjes empfehlen. Weil erstmal auch für Veganer geeignet. Weil ist keine Gelatine und nichts drin. Und einige saurer als Haribo. Jetzt... Oh, look-o-look. Look-o-look mag ich. Ist nicht sauer ein bisschen. Nur ein bisschen... Oh, was ist das? Ich hab das schon mal an dieses... Ich hab das schon mal an dieses... Ich hab das Geburtstag gegessen. Ach, du hast es schon auf dem lausen vom Kindergeburtstag gegessen. Ja. Das muss ich dir nur aufkriegen. Die sind ein bisschen sauer, Papa. Ein bisschen sauer. Ein bisschen sauer. Ein bisschen sauer. Ja, das ist auch sauer drauf. Kippe, Kippe. Oh Gott. So, ich muss natürlich auch ein bisschen lutschen. Damit es auch sauer drauf bleibt, ne? Ich falte mir das nochmal. Damit es auch ganz in meine Luke reinpasst. Und du so, Karo so? Mich! Ich? Okay. Das wäre ganz so gut. 3, 2, 1, 4. Hm. Hm. Ist aber nach dem Katjes jetzt eher wieder süß, oder? Was meinst du? Ich traue nur. Aber es ist... Ja, ein bisschen sauer zwischendurch, oder? Ja. Ist so richtig sauer, nicht, ne? Ich bin gar nicht mehr. So. Jetzt kommt er. Endgegner. Der Sauer-Mix von Center Shots. Der Sauer-Mix von Center Shots. Okay. Wollen wir mit dem Apfeldingen anfangen? Ja. Nicht mit dem Apfel, sondern mit dem anderen. Oder mit dem verrückten König. Hier. Löwe. Center Shots. Crazy King. Center Shots. So. Und so lange wie möglich nicht kauen, ne? So lange wie wir können. So lange wie wir können. Ja. Ja. So, und ab in den Suppenschafter. Auf 3... 2... 1... Hm. Du bist gedreht. Hm. Jetzt kannst du auch dein Zahnfleisch drücken. Ich habe das Gefühl, es schmeckt ein bisschen nach Zimt. Dabei ist schon ganz schön sauer, ne? Mein Auge zuckt ein bisschen. Kannst du dich mal aushalten? Kannst du dich mal aushalten? Kannst du dich mal aushalten? Es ist auch noch ein bisschen rot im Gesicht. Ich auch. Wenn du willst, darfst du draufkauen. Hm. 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 Aber es schmeckt ein bisschen nach Zimt, oder? Hm. Hm. Es ist noch ein bisschen sauerer bei mir drin. Schwarz. Mr. Slimer. Slimer. Also die hier, ne? Boah, bei mir ist das gerade noch sauer im Mund. Immer noch. Fertig? Ja. 3... 2... Und schon in die Kamera gucken. 1... Und... Mach das in meine Wange, denn mir ist es nicht sauer. Mach die Zunge damit! Hm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm. Wahrscheinlich zu sauer. Was für Schumme. Hey. Wie schummeln. Hi. 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 Wie ist Korn? Hm. Ich hab schon gekocht. Ich koche. Ich koche. Nur einen Cola, einen Apfel. Welches zuerst? Hm. Apfel. Ja, ja. Weil das ist lecker. Okay. Ich nehm zuerst die Greedy Spider. Lina den Hidden Apple. Äpfel. 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 Äpfel ist englisch und heißt? Äpfel. 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 Oh, scheiße. Hast du eh Glück? Ohohoho. Hör nicht mal aus, halt nicht. Hör nicht. Hör nicht mal aus, halt nicht. Hör nicht. Ich koche nicht mal aus. Na, kau. Mhm. Ui. Ja, lass ja lösen und draufbeißen danach ist immer mega, ne? Schön süß, ne? Hm. So, Lina nimmt jetzt die ähm Die braune, das ist Splishing Gola. Das kann gar nicht länger sein. Ja, das kennst du ja auch schon. So, und den wir schon mal nehmen. Ich muss hier gerade mein... Will ich essen? Ich glaube, der ist auch meine Nummer heftiger als die Spinne. Aber ich weiß es auch nicht genau. Werden wir gleich rausfinden. Ich habe Angst. Ich nicht. Ja, ich nicht. Okay. Und los. Prost. Prost. Kinder anwesend. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Weiß drauf. Boah. Ich leide. Darf ich drauf kommen? Danke. Boah. Alter Fall da. Okay. Was würdest du sagen? Was war das aller sauerste? Die? Die. Die. Die? Die mit Totenschädel. Ich weiß nicht ob das die sauersten sind, aber aus dieser Packung auf jeden Fall. Hui. Gut, da sind wir uns einig. Was kam danach? Was würdest du sagen, war das zweit sauberste? Katja ist Wunderland. Da bin ich ganz zu deiner Meinung. Und das dritt sauberste ist meine Meinung. Erst mal deine. Das dritt sauberste, was meinst du? Was war für dich am dritt saubersten? Santa Shocks 1, Katja 2 und dann auf Platz 3. Die Brause Bonbons von Ahoi Brause. Ja, da sind wir genau der Meinung. Ich hätte auch gesagt, dass die Ahoi Brause Bonbons die dritt Platz 3 sind. Obwohl, ich finde so, mit den von M2, den Brause Bonbons, teile sich für den dritten Platz. Ja, dann sagen wir erstmal... Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Zeit mitgebracht. Danke erstmal für... Ich glaube, das Kind hat ein bisschen Sauerflash. Ja, dann danke... Ciao Kakao! Ja, das war es dann erstmal für heute. Wir danken euch. Für Luki Luki Waffen, ja? Nein, für Ciao Kakao! Danke fürs Einschalten. Ciao Kakao! Und ihr werdet wieder von uns hören sehen, wenn ihr dran bleibt. So und jetzt... Ciao Kakao! Ciao Kakao! Ciao Kakao! Yeah. Das war's... Das war's... ...dierlichen Name. Vielen Dank.